Musik 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 Assassin's Creed 3 Ja, Freunde Oh Oh, was geht hier, oh, get up Ah, come on, komm her, komm her, junge perfekt jetzt gehen wir zur hauptmission oder ja wenn euch das bei bis jetzt schon gefehlt dann lasst mir jetzt ein damal rum da wenn ich neu verkanalse jetzt können wir gehen ab oder lassen Alter, wo ist Schatz? Hier, ne? Ja. Ja, Freunde finden ist leicht, das ist die nächste Mission. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Sarah Thatcher. Was ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer, über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven. Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate-Fonds. Dann müssen wir dort ihm nahehen. Hm, lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rücken. John Pitca ist unser Mann. Ich bring euch zu. Gut, der Letzt-Thack-Root. Der ist allzu da. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Brennan. Wenn ich nicht blöde, dann haben wir die Tür. Ich möchte nicht gehen, jetzt kommt mit allen Anliegen. Ne, das ist lustig. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr eure Ankunft bliebe unbemerkt? Wollt ihr bitte eine Erklärung? Hohoho, aber natürlich. Ich würde zu gerne einer hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel. Und euch bleibt der Galgen erspannt. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Hey, dann. General Brader. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk verbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Komm zu glauben, dass ich ihn als Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war es hier für uns. Wie ist das Glück will? Für Sie auch. Kommt mit. Limit für Entdeckungszeit, 25 Sekunden. Was? Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Bradox-Patrouille ab und lockt sie in der Unterkasse. Hör uns her! Guck leicht auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zuzufrieden. Schöne Häuser, ein unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser auch bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Hand mehr zu halten. Neue Fantasen, die Gäste sind. Kennt ihr die Gäste? Sieht nicht aus! Oh, Gott! Oh, ich bin bereit! Oh, was ich bin bereit? Oh! Boah! Bist du mit der Wand? Okay. Alter Schwede. Was geht jetzt ab? Alter Schwede. 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 Die Spitzel dürfen keine Verstärkung rufen. Ach du Scheisse. Scheisse man. Scheisse man. Das haben wir verkackt. Alter Schwede. Ich zügne meine Hand bei dir als eine Ruderwart. Und ein Messrammeln dazu. Doch konzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid Freitag. Herr Ritter. Geht ruhig. Schließt euch diesem Narrenplan an. Ich vermute ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Ja, scheisse. Geht. Gut. Geht. Macht nicht darauf ein. Gendelmann. Ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Viel mehr Odyssa äußert sie. Der neuer Rekruat? Ja. Der griechische Held stimmt dir. Lass mich erklären. Wir dringen Sylas vor ein. Getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Reskant, riskant. Gefällt mir. Dann, lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvo benötigen. Der Konvo sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden, Sir. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Es heißt, dass Lieutenant Colonel Washington kapituliert und... Okay. Was ist das? Bitte entschuldigt, Sirs. Wie es scheint, ist uns hier ein kleines Umblick zugestoßen. Fängt es in Ordnung, aber schnell. Ja, lol. Was ist das? Liefst du, Herr. Ratsch. Perfekt. Okay. Weißt du etwas über Silas vorhaben? Wie viele Männer brauchen uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Ah, okay. Das wird jetzt krass. Das wird eine längere Folge, Leute. Aber das muss zwischendurch auch Maria sein. Oha. Okay, das ist geil. Wir müssen den Feind anbauen. Haha. Gottverdammte Hunde. Lasst keinen zu uns durch! Heute drittes Mal! Auf eure Posten! Verstanden! Sagt nur Bescheid, ich strecke sie nieder! Ein Moment mal! Seid ihr neun? Greift der freie Arten, die heute trifft zu den Sendenbach! Alles frei! Gute! 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 Nennt euer Anliegen! Lieferung für Silas! Rein dann! Oh, nice! Oh, nice! Wie wird er nicht verraten? Wie lautet der Plan? Befreit unbemarkt die Gefangenen! Was ist mit Silas? Oh, nice! Den General finden einen schönen Herrlich-Attentat von hinter der Ecke. Ah ja, wo ist der General? Der ist sicher da oben irgendwo. Wir wollen die W Heathersteil auswählen. Das ist Perlüt. All die Töne in der Ecke haben Sie einen schönen Tag im Vorhang. Die Manwelle ist ein kleines Vorhang. Ich habe einen Ball gemacht. Der Ball gemacht, der Hüftler hat, dass die Böden hat. Der Ball um den Kanteam. Der Ball hat dann ein Club ausgewertes Auflage. Wo ist der? Ich habe das Gefühl, da oben ist er nicht. Auch wenn es typisch wäre. Ok. Done! Ich habe das Gefühl, ich werde mich von in Gefangenen gefangen. oh ach was doch gar nicht entdeckt werden ja genau what alt remiss ist das aber wo der General ist Herr Präsident, wie verläuft die Wache? Wer bist du? Thomas Smith, neuer Rekord. Er ist letzte Woche aus London eingetroffen. Und sollst du mit uns auf Patrouille gehen? Auf Teil, gehalten. Okay, da drüben, die Nächsten. Oder dort auf dem Schiff. Scheiße, ah, der kommt. Okay, das könnte ich nicht wegwerden, ne? Okay, das könnte ich nicht wegwerden, ne? Gut, das hätten wir auch. Und jetzt nennen wir nur noch auf das Schiff. Ach du Scheiße. Alter, wir kommen da durch, ohne entdeckt zu werden, ne? Ne, doch. Schwimmen. Alles klar, Junge, was wird das? Warte, Mann. Gut, das sieht wirklich nicht mehr. Nice. Alter, das sind so viele. Das ist ja nicht normal. Fuck. Moment, mal schauen, wie der durchläuft. Ja gut, ciao. Oh, das mit dir, Kumpel. Perfekt, Mann. Das läuft wie geplant, ne? Das ist gut, das ist perfekt. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach zehn Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kraten gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu denen. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. Alter. Ach, du Scheisse. Yo. Bringt sie zurück. Im Generalfin. Ich hoffe, das haben wir auch jetzt nicht. Scheisse. Ja, lol. Was? Zurück, ihr Führe, den Arten. Das ist das beste, was Horsten zu bieten hat. Kein Wunder, dass wir die Franzosen fügen. Au. Da hab ich. Und ich werde es einhalten. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, Atamutech. Ich werde es einhalten. 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 Wow, was? Schnee? Boston, 1755. Winter. Alter, das sieht krass aus. Okay, Freunde. Ich glaube, das war es für diese Folge. Danke. Hey. Ja, Leute. Wenn es noch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Jawohl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017